Hallo wieder! Ein Sack, nicht gerade wichtig. 800$, 800$, 800$... Ach, da steht eine Kiste, das aussieht wie Boden. Eine dunkel gefärbte Kiste, genauso bedeutend. Niii, da kommt was raus, und zwar eine Spinne. Draußen ist es stockdunkel. Kann das so ein Fenster sein? Okay, irgendwie da liegt etwas. Strichkarte... Okay. Okay, okay, okay. Gleich kommt was, jetzt kommt auf jeden Fall was, das ist ein Schlüssel-Item. Und diese Art von Karte könnte in komplizierten Schlössern zum Einsatz kommen. HAH! 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 Ja... Ich kauf nichts! Nächste sollte meine Munition nicht verschwenden. Diese Mini-Version deiner Kiste ist sehr stabil. Dieses Holz blablabla... Heute musst du Schein von ihnen anfassen. Achso, wahrscheinlich war es eine Frau. Heute musste ich es einen von Ihnen anfassen. Mein Name ist Myling und ich bin eine klischeehafte asiatische Prostituierte. Es war ein absäulises Gefühl. Meine Hände stinken immer noch. Gedanken geht weg. Hoffentlich kann ich diesen Geruch bald auslassen. Und da drin ist jetzt Zombie, Myling. Hallo? Ist da jemand? Oh, Mabel, ist du das? Stell auf, Götze haben. Ja, natürlich. Leck mich! Ich warte nur drauf. Ich sage einfach nichts und warte. Und dann schlage ich blitzschnell zu. Oh, Türen gefährden meine Sicherheit. Weil ich sie nicht mit gezückter Waffe öffnen kann. Ich bin dämlich. Weil an dieser Knarre ist Uwu-Kleber befestigt und deshalb kleben meine Hände daran fest. Oh, der Junge. Oh, cool, eine neue Waffe. TMP Sub Machine Gun. Das ist Rappen-Use. TMP Ammo. Rapid Fire, however, however, very weak. Oh nein, ich habe keinen Cash. So, dann kaufe ich mir doch USP-Amo. Tut mir leid, aber ich rieche Kämpfe. So, ich denke, ich heile mich jetzt. Heile ich mich? Ich heile mich nicht. Ich speichere. Das klingt nach einem Plan. Ja, 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 das können wir machen. Ihn traurig verfissen. Oh, da haben wir noch unseren alten Avatar. Das überspeichere ich nicht. La, 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 la. Äh, welche Taste brauche ich? Eins. Eins ist die Kanone. Schu-be-du, schu-be-du-du-du-bu. Es ist still. So still. Ich glaube, bin ich hier nicht falsch? Äh, ja, hier bin ich falsch. Ich wollte doch woanders hin, woanders hin, woanders hin. Nämlich zu diesen kleinen, äh, Kästchen, in denen zwei Schlitze waren. Denn wir haben jetzt zwei Karten. Nämlich A und B. Sie scheinen Geschwister zu sein. Bei der Kerze liegt eine kleine Kiste, die zwei Schlitze aufweist. Habe ich Spaß? Nee, ich muss es zu knack kennen. Tja, das weiß ich nicht. Diese beiden Strichkarten könnten wunderbar dort reinpassen. Hallo, Monster. Das aus dieser Kiste kommt. Ein Kick abzuhaben. Nur noch aufmachen. Pultkarte? Sehr gut. Die Pultkarte kann ich nutzen, um den Mechanismus im Treppenhaus zu deaktivieren. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas kommt. Ja, irgendwas kommt. Habe ich gespeichert? Ja, habe ich. Gut, gut. What the hell? Achso, es geht schon los hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay, äh, beobachten. Beobachten. Was zur Hölle ist das? Cog'Maw, bist du es? League of Legends. Ja, kannst du was anderes auch? Nicht? Gebt... Das ist ja ekelhaft. Worauf muss ich bitte schießen? Na, na, na. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Äh, was muss ich machen? Okay. Ich verstehe die Bosse noch nicht so ganz. Ich gehe einfach mal da drauf. Okay, geht nicht. Nein. 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 Cool. Es hat, glaube ich, irgendwas gebracht. Ich heim mich jetzt schon mal aus Sicherheit. Wer weiß, vielleicht hat er noch eine Ultimate. In der Hinterhand. Ja. Kotz mich nicht an. Du kotzt mich voll an. Oh, 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 oh. Störb, du Schlampe. Du Schlampen. Sehr praktisch. Na, da, 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 da. Oh mein Gott, er ist rot. Uah. Er geht enrage. No. Okay, ich verrecke hier. Aber ganz definitiv. Das war nämlich mein letztes Medikit. Hallo. Hallo. Er hat Pusteln gekriegt. Ausschlag. Er ist allergisch gegen Protagonisten. Öh, öh. Und er schießt viel zu schnell. Hallo, hallo. Assifi. Du bist so assi. Hihi. Och. Oh, 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 oh. Ach, ich hab keine Munition mehr. Na, sagt mir das doch mal einer. Und ich hab keine Erste-Hilfe-Spray mehr. Treff ich von hier? Nein, tu ich nicht. Munition und Verschwendung. Cool. Ich kann mich da überhaupt nicht bewegen. Na, du bist ekelhaft. Und damit meine ich eher den... Deine... Deine Verhaltensweisen sind ekelhaft. Und wo ist die Super-Nanny, wenn man sie braucht? Oh mein Gott. Es ist tot. Hihi. Das war jetzt aber wirklich ein Boss, oder? Bitte sagt mir, dass das der Boss war. Wieso komm ich hier nicht raus? Oh. Nein, wie gruselig. Okay. Not. Das erste Mal, dass ich mich nicht gruselte. Okay, der Boss war jetzt auch nicht gruselig. Gruselig ist jetzt eigentlich nur, was mich überrascht. Von daher. Screw this. Aber der war jetzt nicht schlecht. Der hat mir ordentlich Schaden zugefügt. Was aber auch größtender als daran liegt, dass ich leicht dämlich bin. Aber ansonsten. So. Munition, Heilung. Sehr gut. Das war nochmal wieder lukrative zwei Videos. Warum nehme ich immer nur zwei Videos und der Like auf? Nun, heute kann ich es wirklich entschuldigen. Eigentlich sollte ich überhaupt nicht hier aufnehmen. Eigentlich muss ich nämlich noch einiges an Berichten schreiben. Und zwar, wartet, ich kann ja mal nachzählen. Ein, zwei, drei. Wow. Einiges. Naja, trotzdem muss ich eigentlich was tun. Und ja. Aber, ihr geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und deshalb habe ich für euch aufgenommen. Damit ihr nicht so alleine seid. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich heile mich jetzt gleich. So. Und speichere jetzt ab. Und ja. Das war's dann wieder. Von Daylight 2. Bald geht's ja weiter. Und ja. Auch bei Breath of Fire. Nee, obwohl. Ich habe das ja jetzt aufgenommen. Und ich habe ja noch einige Videos von den alten Uploads. Äh, äh, äh. Ja, bei Breath of Fire geht's ja trotzdem für euch weiter. Also, für mich halt nicht. Ich habe jetzt erstmal frei die nächsten Tage. Weil ich genug zum Hochladen hab. Und deshalb jetzt erstmal nichts aufnehmen brauche. Was ich wahrscheinlich trotzdem machen werde. Weil ich will ja auch bei Daylight vorankommen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal ein paar mehr Daylight-Videos aufnehmen. Aber vielleicht, wenn ich schreckhafter bin. Heute war ich relativ gefasst. Ja. War ja direkt langweilig. Ähm, nein, war's nicht. Das Spiel ist cool. Macht Spaß. Äh, ja. Auf jeden Fall. Macht es gut. Haut rein. Und ja. Ciao, ciao. Sagt euch noch uns in der PG.